Servus und willkommen zu diesem ersten von hoffentlich vielen weiteren solcher Videos. Und in diesem Video soll es gehen um Schulmathematik. In diesem Video will ich euch vor allem zeigen, dass die Mathematik, die man zumindest in der Schule lernt, gar nicht so kompliziert ist. Das heißt, man braucht nicht Unmengen von irgendwelchen Formeln und man muss nicht stundenlang vor vielen Beispielen sitzen und die irgendwie auswendig lernen, sondern es folgt eigentlich alles sehr einfachen und sehr genauen Regeln. Und wenn man diese paar einfachen Regeln befolgt, dann ist Mathematik eigentlich gar nicht so schwer. Das Ding dabei ist nur, man muss es einmal verstehen und vor allem dafür muss man es gut erklärt bekommen. Und das will ich versuchen zu machen und werde euch in diesen Videos eben die Mathematik so gut wie möglich, so leicht wie möglich und vielleicht auch ein bisschen anders, wie man es in der Schule hört, näher bringen. Eines kann ich euch aber leider nicht abnehmen und das ist das Üben. Leider ist es so, dass man bei Mathematik einfach ein bisschen lernen, ein bisschen üben muss. Das heißt, man muss ein bisschen mit den Gleichungen, mit den Funktionen und so weiter, muss man ein bisschen arbeiten, um das ein bisschen besser zu verstehen. Aber auch da habe ich mir was einfallen lassen. Ich werde nämlich am Ende jedes Videos, in dem ich euch ein bisschen erkläre, anhand von Beispielen, was diese Dinge eigentlich sind und wie man damit arbeiten kann, werde ich euch auch ein paar Übungsbeispiele einblenden. Und auch euch die Lösung dazu einblenden, weil ich das immer hasse, wenn man irgendwelche Beispiele rechnet, sich eh nicht so gut auskennt und dann am Ende weiß man nicht, ist das jetzt richtig oder ist das nicht richtig. Deswegen werde ich euch auch immer die Lösung dazu einblenden. Eine Woche später kommt dann ein Video zum genau selben Thema online, wo ich diese Beispiele vorrechnen werde. Das heißt, da werden wir genau die Beispiele ein bisschen durchrechnen, uns ein bisschen anschauen, ein bisschen was besprechen. Ich verrate euch vielleicht ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man Sachen schneller, besser lösen kann, wie man Sachen anders verstehen kann, so dass es einem einfach leichter fällt, mit diesen Dingen zu arbeiten. Außerdem werde ich auch immer dazu sagen, wenn ich irgendein Computerprogramm oder einen Taschenrechner oder sonstiges verwende. Wenn sich das ganz vielversprechend für euch anhört, dann schaut euch einfach mal gleich das erste Video an. Das wird zum Thema Gleichungen sein. Ich hoffe, dass wenn da alles funktioniert, dann könnt ihr das da irgendwo jetzt anklicken und euch gleich das erste Video anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dort und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann.